Mein Name ist Markus Motz von der Firma Motz Computer. Wir sind der Hersteller von Tippes. Tippes ist das erste elektronische Zeiterfassungssystem, was 1993 in Deutschland auf den Markt gebracht worden ist. Im Jahre 2000 wurde das MC2100 auf den Markt gebracht mit neuen Innovationen und Technologien. Das neue Tipp ist MC2100, was es in drei unterschiedlichen Ausführungen gibt. Basic, Premium und Ultimate. Sie können an dieses Gerät bis zu 64 Antennen in unterschiedlichen Formen anschließen. Einfeldantenne, Zweifeldantenne und auch Vierfeldantenne. Dieses Gerät hat eine Kapazität von 1000 Tauben und ist mehr benutzerfähig. Das bedeutet, Sie können vier Züchter einspielen.